Schnell Alibi, Schnell Alibi. Du bist nicht auf Stumm? Nicht. Ey, Daniel, was war denn da los? Hey Leute! Was geht? Daniel hier mit Kanalöchen und René, hallo und Claudio. Mit den schlechtesten Among Us-Spielern ever und mit den besten Among Us-Spielern, euch, heute die zweite Runde. Es geht weiter, auf einer neuen Map. So, was hast du gesagt? Ich habe gesagt, dass du der beste Among Us-Spieler ever bist. Ja, gut, das musst du nicht sagen, das wissen alle. Mira HQ, ich öffne mal die Map, damit ich weiß, wo wir sind. Mira ist das, ne? Oh, das ist diese ganz große Kahn, da hättest du lieber die andere genommen. Oh, schön wieder! Wir waren doch heute schon, äh, schon mal zusammen im Poster, also das ist in dem anderen Video. Wenn ihr euch das auch anschauen wollt, dann tut das. Kann, glaube ich, letzte Woche. Okay, gibt es hier sowas wie nicht aus? Nee. Ungünstig, das haben wir ja gerade echt alle gesehen. Boah, ganz schwierig. Ganz schwierig. Uiuiui. Okay. Aber noch hat immer gut gebrauchtet. Ähm. Oh, es hat schon zwei erwischt. Lab Rattary, glaube ich. Lab. Wenn das Sinn macht. Ja, ich glaube Lab. Oben links. Wo ist das? Also ich kann, äh, René ist safe auf jeden Fall. Ja. Können wir das noch zurückgeben. Den waren wir jetzt, äh, in der Cafeteria da, glaube ich, heißt das. Genau. Und danach, ähm, ja, also da bei der Cafeteria die ganze Zeit. Da einmal an der Vending Machine und danach Kabel machen. Und Braun war am Ende auch bei dem Balkon, so heißt das, glaube ich, und Cafeteria. Ähm. Mhm. Okay. Kann, hast du hellgrün gesehen? Äh, ja, zwischendurch. Ah, okay. Aber ich, äh, zwischendurch, ja. Ich glaube, Danias Tee ist verdächtig. Aber nicht in der Cafeteria, glaube ich. Ja, weil ich habe hellgrün nämlich auch in der Cafeteria nicht gesehen, aber ich war ja auch nur ganz unten. Also, äh, Dania Tee ist mir entgegengekommen bei dieser Gabelung, falls ihr wisst, was ich meine. Und ist in die Richtung gelaufen von Reaktor und, äh, ja, eigentlich all dem so ungefähr. Ja. Okay. Also, es muss nichts heißen, aber es würde vom Weg her passen. Okay. Dann würde ich erst... Also, ich habe leider nicht so viele Leute gesehen. Ich kenne mich auf der Map halt auch leider nur. Ja, ich muss auch erst mal skippen. Ich check dich voll nicht. Ich glaube, ich skippe auch, aber ich glaube, Dunkelgrün sollten wir so ein bisschen im Auge behalten. Ja, und auch, äh, hellgrün, ne? Stimmt. Habt ihr hellgrün gesehen? Sorry. Ja, aber nicht in Cafeteria. Aber hellgrün schreibt, wir haben sie in Cafeteria gesehen. Und ich glaube, dass das nicht stimmt. Ich meine, ich habe sie bei der Gabelung gesehen, aber vielleicht meint sie auch das. So. So, dann machen wir mal weiter. Ich gehe auch zum Launchpad gleich. Schnell Alibi. Schnell Alibi. Schnell Alibi. Du bist nicht auf Stumpen. Mist. Erdreckig, dass ihr mir das nicht sagt. Dass ihr mir das nicht sagt! Oh, die Impostor sind gut. Ey, Danja, was war denn da los? Sollen wir noch das typische, ja, ich bin's nicht machen, oder gibst du zu? Ich dachte, ihr habt's schon alle gecheckt, weil ich nicht gemutet war. Natürlich, aber ... Ja, okay, dann, Danja. Ich wollte's überhören einfach. Ach so. Ich hätte sogar gar nicht gedacht, ich habe nur irgendwas mit Alibi gehört. Ja, nee. Hast du sie dann noch gesehen, oder was? Ja, ja, ich hab's gesehen. Ja, okay. Aber, aber die Frage ist jetzt ... Ja. Hast du das gemacht, weil du ... Ich dachte, komm, jetzt killst du nicht hin. Nein, ich hab mir grad bewusst gedacht, okay, komm, jetzt killst du einfach noch jemanden. Nee, es haben eh alle gehört. Es haben eh alle gehört. Ich hab nur auf diesem Sensor gelesen, dass Danja und nur Grün so einen Sensor betreten sind. Also, was ich nur sagen sollte ... Ja, dunkelgrün, ne? Ja, dunkelgrün. Nur die beiden haben so einen Sensor berührt, also kein anderer von uns allen. Das Ding ist, dunkelgrün stand direkt daneben. Und jetzt ist die Frage, hat Danja wirklich gesagt, okay, egal, auf alles? Oder hast du's gemacht, weil dunkelgrün dein Imposter-Kollege ist? Ich glaube, ja. Vielleicht hat Danja auf den Doppelkill gehauen. Ja, genau. Nein, ich hab das einfach gemacht, weil ich mir grad gedacht hab, egal. Es ist mir vollkommen egal, weil ich wusste eh, dass ihr mich grad gehört habt. Ja, äh, Claudio? Es muss ja jemand von Anna und ... Also, es muss ja Anna oder Danja T. Ja, ich glaube, es ist Danja T., glaube ich. Ich glaube auch. Weil dunkelgrün hätte eigentlich vor mir reporten können, das frage ich jetzt auch mal eben. Admin? Wart ihr Admin? Ja, das stimmt. Okay. Also, ich war ganz oben rechts in Admin. Danja, votest du bitte? Und die drei waren zwischen Office in Admin. Ja, ich voten. Ja, das war nicht so klug gespielt, Danja. Ja, naja, ich dachte, ihr habt mich eh gehört. Okay, jetzt, ähm, darf ich auf jeden Fall nicht in der Nähe von dunkelgrün sein? Gut, René kann ich eigentlich ausschließen? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Okay, ich bleib mit René. René, komm mit! Ja, es ist, es ist, ähm ... Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ... Oh, du liebst noch Kamm. Äh, ich bin mir ziemlich sicher dunkelgrün. Wieso? Ich bin mir ziemlich sicher. Ja, ich, äh, frage jetzt dunkelgrün mal, warum dunkelgrün gerade nicht ... Weil, ähm, du bist ... ... weggegangen und wolltest dann wieder zu mir, aber alle waren da. Also, sie, äh, ist bei der Gabelung von mir hergelaufen. Genau. Und dann ging der Alarm an. Ich bin zu ... also, ich bin zurück und sie ist auch zurückgekommen, aber dann wieder zur anderen Richtung. Also, äh, zurück und dann wieder weg. Versteht ihr, wie ich meine? Wo sie gesehen hat, dass René und alle anderen bei mir waren. Bei dieser Gabelung. Ja. Holt mich ab. Deswegen, für mich ist das ... Also, ich muss dunkelgrün sagen, weil das war für mich sehr auffällig gerade. Ich kann das bestätigen, René. Ich bin nach oben gelaufen und das stimmt, was Kahn sagt. Ja. Ich hätte ja sowieso so einen kleinen Verdacht auf dunkelgrün, deswegen würde ich da auch mitgehen. Ja, wenn nicht, dann ist es halt Anna und dann müssen wir halt ... Also, zwei müssen zum Reaktor laufen und der andere macht Emergency Meeting. Also ... In dem Falle nicht Kahn, weil Kahn hat ja schon Emergency Meeting gemacht. Ja, ich sag dunkelgrün. Ja, lass erst mal dunkelgrün und dann müssen wir weitergucken. Es gab keine Leiche. Wo war denn die Leiche? Aber würde sie denn jetzt fragen, wo denn die Leiche jetzt war? Ja, vielleicht ist das auch so ein Spiel. Kahn, falls es nicht dunkelgrün ist, musst du zum Reaktor laufen. Und René oder ich muss, wenn wir ein bisschen Meeting machen. Ja, okay. Weil du hast keinen mehr. Ich hoffe, dass es dunkelgrün ist, weil ich ... Ja, sonst wird's ... Weil wir sind dann auch nur noch zu viert. Weil dann war das natürlich ein richtiger Fail. Ja! Oh, well done. Well done. Sehr gut. Ja, habt ihr gut gemacht. Okay, ich wechsle tatsächlich noch mal die Map. Ich hab das Gefühl, wir kommen hier nicht klar. Wir sind zu lost. Nee, die ist viel zu groß. Danke, Kahn. Wir machen die alte mal wieder. Ich geh jetzt mal kurz Lichter machen. Okay, das ging schnell. Okay, wer ist denn jetzt bei Matt? Ich guck mal kurz, wer kommt denn hier raus? Bisschen in der Leiche. Nein, hier nicht. Aber, ach. So, ich muss hier auch. Okay, ich komm später wieder. Okay. 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 Ich denke, hier ist jetzt eine Leiche. Gelb bei Electrical an der Tür. Also. Ich kann leider nichts sagen. Ich kann Danja und Danja C. ausschließen. Also keiner ist in diese Richtung gegangen, den ich verdächtigen kann. Danja und Danja C. sind safe. Ja, wollte ich auch gerade sagen, ich war gerade mit Claudio und Dunkelgrün unterwegs. Ich kann Orange ausschließen, weil Orange von Richtung Mad Bay kam, so bei Cafeteria. Okay, Kahn, das ist nicht gut für dich, ne? Was? Wo warst du, Kahn? Also können wir... Ja, ich kam von... Ich war mit René die ganze Zeit... René, wir waren bei Admin vorher. Ich hab Upload auch gemacht und dann bin ich die Wires gegangen zu Storage und da war René auch die ganze Zeit. Eigentlich kannst du mich saven. Ja, genau. Also was du ganz in den letzten Sekunden gemacht hast, da hättest du theoretisch einen Self-Report machen können. Das kann ich natürlich nicht sagen, aber davor waren wir zusammen. Das stimmt. Also das ist für mich jetzt auch... Ja, kannst du mal bitte in den Chat schreiben, dass ich zumindest etwas safe bin? Ich, sorry, Kahn, ich sag's nur, weil wir waren zu dritt rechts und... Ja, ich bin's aber nicht. Ja, dann lass erst mal skippen. Ich weiß, dass ich für diese Runde in Frage komme, aber sorry, sonst haben wir immer geskippt. Jetzt müssen wir auch skippen. Nee, skippen wir. Ja, natürlich skippen wir, wir skippen auch, Kahn, aber nur für die Leute halt, weißt du? Ja, das skippt schon mal. Ja, gut, kann sein natürlich, dass ihr für mich gewartet habt. Nee, 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 du bist nicht, Kahn, weil die beiden im Post haben dich gewartet. Nein, ich hab geskippt. Kahn ist es nicht, Kahn ist es nicht, Kahn ist es nicht, weil die beiden im Post haben gerade Kahn, äh, gewartet. Guck mal, das war ganz gut, das war sogar ganz, ganz gut, dass wir Kahn diesmal verdächtigt haben. Ach nein, bitte nicht. Okay, das ist fertig, dann kann ich jetzt auch beobachten. Und wieder gehen die Türen zu. Was? Ey, und? Ich warte darauf, dass jemand hier in Mad Bay rauskommt, aber du fühlst, traut sich keiner. Was ich gerade sagen wollte, Kahn, du bist safe. Weil, weißt du warum? Was? Ich hab, wir haben ja geschrieben, dass du es bist und nur zwei Leute haben dich gewartet, das heißt, die beiden im Post haben dich gewartet. Ja. Weil, wenn du Impostor wärst, würdest du dich ja niemals selber wählen. Richtig. Also ich war jetzt bei Mad Bay die ganze Zeit, weil ich gedacht habe, vielleicht nach dem Licht aus, wendet jemand da rein. Aber es ist keiner gekommen. Aber es ist keiner gekommen. Und Danias ist immer noch nicht. Und Dunkle Green ist auch immer noch nicht. Wo warst du denn, Claudio? Ich war jetzt unten rechts bei Shields. Okay, wo war die Leiche? Ich hab nicht reportet. Ja, aber steht das hier nicht? Äh, Lower Engine. Lower Engine. Okay. Lower Engine. Dania war bei Camps. Also Orange sagt gerade, dass es Pink war. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Pink. Ja, wenn es nicht Pink ist, dann ist ich... Pink muss ich rausnehmen, weil ich war mit Pink zwischendurch alleine und Pink hat nichts gemacht. Ja, aber Khan, schau mal. Es muss ja Pink oder Orange sein, weil Danias safe, Dunkelgrün safe, ich safe, Bruch safe. Gut, dann versuchen wir es mit Pink. Wenn es Pink nicht ist, müssen wir bei dir, Claudio, und bei Orange ein bisschen... Aber warum denn bei mir, Khan, wenn ich rechts bin und die Leiche links liegt? Ja, du bist mir ein bisschen zu safe gerade. Du weißt über alles Bescheid gerade. Äh, Khan, wo warst du jetzt zuletzt? Äh, bei Mad Bay. Ich war bei Mad Bay die ganze Zeit. Wie oft bist du bei Mad Bay rein und raus gelaufen? Ziemlich oft. Okay, gut, das stimmt. Warum eigentlich? Ja, weil ich dachte, jemand wendet vielleicht da raus. Ach so. Okay. Ja. Ich würde dann halt einfach Orange... Ja, wenn es Pink nicht ist, müssen wir auf Orange. Ja, hundertprozentig. Da muss einer Emergency Call machen direkt. Ja, also Khan ist es nicht... Ja, super. Ja, okay, Orange. Oh, das sind Claudio und Khan. Ja. Okay. Orange. Könnten natürlich auch ihr beide sein. Nein, ich hätte mich ja selber nicht gevotet. Ja, das macht gar keinen Sinn. Ich kann ja Claudio eigentlich auch saven. Ich wollte gerade sagen, also bei den Kills kannst du mich ja saven, das macht gar keinen Sinn. Ja. Ja, bei dem ersten, ja. Äh, stopp. Was für stopp? Oh nein, es ist einer... Es muss einer von uns sein, weil wenn es... Es sind ja noch zwei drinnen, ne? Ja, es ist bestimmt noch einer von uns, aber Orange ist es glaube ich auch. Es ist... Khan. Oh nein. Nein, ich bin es nicht. Ist es Khan oder Claudio? Wenn, dann ist es Claudio. Oder es ist blau. Nein, nein, es ist... Es ist Claudio, weil er jetzt versucht von Orange wieder wegzugehen. Ja, okay, dann bin ich es halt. Damit sein Imposter kommt. Ja, okay, okay, dann bin ich es. Ja, toll. Was? Hä? Lass doch erstmal Orange voten. Ja, wir voten noch Orange, Khan. Ist doch okay. Also, was ist eigentlich mit Blau? So, wir voten jetzt für Khan Orange. Okay, super. Jetzt bin ich gespannt. Ja, Khan ist... Was ist eigentlich mit Blau? Ja, aber das war eine logische Konsequenz, weil Orange auf Pink gegangen ist. Ja, genau, dann habe ich gerade gefragt, aber Khan schreit ja. Khan schreit ja. Ja, es könnte ja nicht blau sein. Ja, Khan, super. Was ist denn jetzt mit Blau? Ja, sorry, aber das ist die logische Konsequenz bei Among Us. Wenn jemand auf einen geht und er nicht Imposter ist... Es ist Claudio. Ich weiß es. Safe ist es Claudio. Ich weiß, dass er mich jetzt nicht killt und er will mich bis zum Ende behalten. Warum macht ihr denn nicht das Licht? Ja. Guck, ich wusste, dass es Claudio ist. So dreckig wieder. Ich wusste es. Aber gut gespielt. Musst man leider zugeben. Mann, ich wusste es doch. Weil er wusste einfach zu viel von Anfang an von allen Bescheid. Das ist wieder so ein typischer Claudio-Imposter-Move. Wenn er von allen Bescheid weiß. Ey. Mann! Das kann doch nicht wahr sein. Den ganzen Tag bin ich schon Imposter. Den ganzen Tag. Wie oft noch? Wie oft noch? Vielleicht schaffe ich den Rekord heute. Wirklich jede Runde Crewmate. Okay, blau ist mit René. Muss ich mir merken. Claudio kommt jetzt von hier. Könnte den Download gemacht haben. René ist wieder bei mir. Claudio kommt von hier. Und Download. Und wenn ich fertig bin, dann müsste eigentlich oben bei MadMail das fertig sein. Und dann kann ich über MadMail zu Reaktor gehen. Guter Weg. Ausgezeichnete Wegführung. Ich wollte jetzt meine Tasks machen. Was ist hier los? Ich wollte meine Tasks machen. Warum muss hier jemand sterben? Das ist bei MadMail und gelb kam von dort. Gelb kam von dort. Okay. Also ich bin mir ziemlich sicher. Kurz davor wahrscheinlich, ne? Ja, ja. Bin ich relativ sicher. Weil gelb muss da vorbeigekommen sein. Das passt auch ganz gut. Oder für gelb macht es das auch nochmal ein bisschen verdächtiger, dass die meisten anderen bei Electrical waren. Kannst du aufzählen, wer das war, René? Boah, ich kann es jetzt nicht ganz genau sagen. Danja? Das war auf jeden Fall, Löni sagt die Wahrheit. Wir waren am Ende bei Electrical. Und bei den anderen kann ich es leider gar nicht sagen. Kann sein, dass es grau war und gelb. Also Dunkelgrün war auch mit mir bei Electrical eine Zeit lang. Ja, genau. Ich glaube Dunkelgrün, Danja. Das könnte passen. Ja, also wie gesagt, für mich ist gelb. Weil ich habe schon gesagt, also wenn jetzt im Mad Bay jemand ist und gelb kam mir entgegen, dann muss es eigentlich gelb sein, weil gelb kam von da. Ja, kann. Ich war ein Admin-Puls. Also das macht Sinn, was du sagst, kann. Was ich halt nur, ich wollte auch Richtung Mad Bay laufen, weil da lange jemand war. Nur es ist auch jemand gewendet. Und Danja und Rot habe ich gesehen, wie die beide an den Tasks gelaufen sind. Kann auch sein. Danja und Grün, sorry. Kann auch sein. Aber ich bin in dieser Runde, kann ich leider nur auf gelb gehen. Also er kam aus Mad Bay raus, sagst du. Er hat ja auch gesagt, er ist vorbeigelaufen da, aber nicht rein. Und das kaufe ich ihm gerade nicht ab. Auch immer eine nicht ganz so gute Ausrede. Kann natürlich auch jemand gewendet sein, weil bei Mad Bay ist das natürlich immer eine gute Aufgabe. Ja, es ist jemand gewendet, das sage ich doch. Kann leider auch sein, dann tut es mir leid, gelb. Ich glaube sogar, er war es tatsächlich nicht. Kannibani! So, mal schauen, ob gelb wird, sind wir zur falschen Zeit. Ja, super! Okay! So, mittlerweile muss ich halt sagen, dadurch, dass ich viele Crewmate-Runden habe, dass ich das mittlerweile finde ich gar nicht mehr so schlecht mache. Es sind keine Random Votes mehr. Wie früher. Okay, jemand weiß, dass ich hier bin. Oh, ich bin verdrückt, das ist mir ja noch nie passiert. Oh mein Gott! Wie dumm. Jetzt habe ich meinen ganzen Plan schon wieder vergessen, was ich eigentlich überhaupt machen wollte. Manu! Ich hatte voll den guten Plan. Ich hatte jemanden meinen ganzen Hauswirtschaftstag durcheinander geworfen. Nein, ich wusste es! Ich wollte gerade immer so ziemlich ausrufen! Ich wollte es! Ich wollte es wirklich! Oh, ich bin so blöd. Ich wollte es gerade wirklich machen. Ja, es war schon ein bisschen auffällig, wie Grauda rumgelaufen ist. Es war schon ein bisschen auffällig tatsächlich. Aber gut, ich war zu spät. Okay, wo war das jetzt? René Rot-Lime, okay. Oh, Café Teria. Ja? Als du reingelaufen bist, war dann ja schon drin, ja, ne? Bei Edmund meinst du, ne? Ja. Ja. Was hat sie gemacht? Genau. Das war Download. Und ich habe bei Hellgrün... Warum fragst du nicht mich? Was ist das? Nein, also ich habe bei beiden nachgeschaut bei der Taskbar. Und wenn ich das richtig gesehen habe, waren auch beide wirklich dabei Aufgaben zu machen. Und deswegen kann ich Danja und Hellgrün relativ gut... Also ich habe die Emergency Task gemacht und ich habe Upload gemacht. Also grün überdächtigt gerade orange. Wow, wow. Wie seltsam habe ich gerade orange ausgesprochen. Weil, schaut mal. René, Danja und Lime, glaube ich. Nee. René, orange. Ach, keine Ahnung. Also orange und Lime waren mit mir, glaube ich, bei Admin. Und wir wollten die Emergency Task da machen. Ja, kann es ja nur Grau oder Riri sein. Meinst du zum Ende? Nee, aber relativ am Anfang, als wir ein Admin waren. War ja die O2. Ja, weil am Ende waren es ja du und Hellgrün, also Löni. Ja, genau. Und Riri ist dann, glaube ich, hochgelaufen. Also es könnte sein, dass sie Kahn gekillt hat. Könnte sein. Nee, es kann nur Grau oder Orange sein. Warst du ein Camps, Claudia? Ich habe euch ja gesehen. Ja, ja. Ja, wir können auch skippen. Ich meine, einer von den beiden ist es. Ich habe jetzt ein Fransch bewortet. Ja, ich auch. So, weiß. Nein, Mann. Oh, Mist. Okay, wer ist es noch? Jetzt ist spannend. Jetzt ist es spannend. Jetzt ist es spannend. Werden wir hier eingesperrt. Hallo? Hallo? Ich will hier raus. Danke schön. Freundlich. Sehr nett. Oh nein. Ja, also Hellgrün und Dunkelgrün. Der Meisterdetektiv. Moment. Ach, Hellgrün hat... Ach, ein Mad Bay. Okay. Also das kann ich definitiv nicht gewesen sein. Also, die beiden grünen Spieler oder Spielerinnen waren bei mir im Cafeteria oder mit mir. Kann Self-Report sein? Also meinst du, dass es grau ist? Bitte? Also meinst du, dass es grau ist, oder was? Nee, es kann auch Self-Report gewesen sein. Wobei zum Beispiel, was jetzt wieder nicht möglich ist, ist glaube ich, dass jetzt Dunkelgrün, das war beides ganz am Ende, dass Dunkelgrün den Kill gemacht hat, danach abgehauen ist und Hellgrün reportet hat. Ja. Kann jemand bestätigen, oder kannst du bestätigen, dass grau wirklich in Navigation war? Nee, kann ich nicht, weil ich war bei Electrical eingesperrt. Und als ich dann wieder rausgekommen bin, bin ich dann quasi über Lower Enden hochgegangen. Ja, weil, also wenn grau sagt Navigation, dann war das ja ganz woanders, aber vielleicht ist es auch gelogen, weil... Ja. Wie viele Tasks hast du noch? Ähm, keine mehr. Ich war in Cafeteria, weil ich fertig war. Okay. Boah, äh, schwierig, ey. Ja, ich hätte wenden können, ich hätte mich aber dann auch nicht selber eingesperrt beim Midway, muss man einmal ganz klar sagen. Uuh! Was war denn gerade nochmal der Grund, warum wir grau verdächtigt haben? Weißt du das noch? Weil keiner von uns grau gesehen hat. Ja. So, warum habe ich jetzt hier wieder ein Vote abbekommen? Nicht von mir. Frech. Ich habe, ich habe für grau gewoutet. Musst du noch Aufgaben machen? Nee, ich bin fertig. Ja. Jetzt müssen einfach nur alle ihre Aufgaben machen und dann haben wir das Ding auch schon geklärt, aber gut. Hat sich jetzt auch schon wieder direkt erledigt, wenn wir zum, äh, Reactor müssen. So, hier sind wir jetzt zu viert. Jetzt mal wieder zurück. Mal gucken, ob da was passiert ist. Oh no, wo sind die denn jetzt alle? Hm. I don't know. Okay, hier ist gerade jemand aggressiv. Ich überlege, ob ich einen Emergency Call mache, dass wir mal jemanden rausvoten. Okay. Oh, no. Okay. Okay. Okay, hier ist sicher grau. Grau hat gerade ausgeschalten. Ich mache jetzt mal ein Emergency Meeting. Oh, grau hat. Ja. Ja, also jetzt müssen wir hier mal jemanden rausvoten. Danja, hast du noch Aufgaben? Nee, ich bin fertig. Was war denn der Grund, warum du gerade die ganze Zeit woanders warst? Weil wir waren ja gerade zu viert die ganze Zeit in Camps, ne? Ich wollte rumlaufen und wollte immer so ein bisschen weggehen und dann quasi gucken, ob irgendwen von euch was passiert ist. Ah, gucken, ob gerade einer alleine rumläuft? Nein, ich wollte, ich bin immer weggegangen von euch und wollte dann halt quasi so, dass ich weglaufe, damit sich der Impostor vielleicht sicher fühlt und jemanden killt und dann hätte ich halt gewusst, mit wem du gerade quasi warst. Also, ich habe echt gar keine Ahnung, ich glaube es jetzt echt bei allen ist es möglich, auch wenn ich so manche mehr und manche weniger verdächtig finde, nur wir waren gerade die ganze Zeit zu viert in Security und hellgrün und grau waren vor allem auch die ganze Zeit bei den Camps, haben gar nichts gemacht und das würden sie ja nicht tun, wenn sie Impostor wären. So, dunkelgrün. Ja, dann wahrscheinlich Danja T. Ja, Danja T war so ein bisschen mehr in Bewegung, aber auch die meiste Zeit bei Security, nur du warst halt immer alleine unterwegs. Also, ich bin es nicht, ich habe dir gerade erklärt, warum ich das gemacht habe. Ähm, für mich, I don't know, ihr könnt jetzt auch alle sein. Ja, also vielleicht liege ich auch falsch, ne, aber ich finde, wenn man mit wenigen Leuten noch übrig ist und selber Crewmate ist, dann macht man erstmal das sicherste, also wenn man seine Aufgaben fertig hat, dann macht man erstmal das sicherste und geht zu den anderen. Nein, ich will ja, dass es mir was tut, ich will ja, dass es passiert. Du wolltest dich opfern, ne? Ich wollte euch opfern, ich wollte dich opfern. Ich wollte René opfern. Ich wollte René opfern. Äh. Ja. Also, ich wollte dich. Danke, René. Kein Ding. Danke. Nett von dir. What? What? Also, ich habe dich nicht gevotet. Das ist wirklich, Leute, das ist wirklich. Willkommen auf der anderen Seite, René. Hi. Ja. 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 Ich entstümme mich. So, wen hauen wir jetzt hier als nächstes raus? Also, mein Hot Guess ist, äh, grau oder dunkelgrün. Ich habe alle Tars. Das ist ja mein Lieben. Wem fehlen noch Tars? Oh, keine Ahnung. Also, ich würde auf grau gehen. Ansonsten, wenn es Löni ist, gut gespielt. Endlich, ey. Mann, 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 Mann. Ja, war es grau? Ja. Aber sehr gut gespielt. Sehr gut gespielt vom Imposter. Das tut mir leid. Richtig gut gespielt. Richtig gut gespielt. Ja. Richtig gut gespielt. Ja, wirklich, wirklich. Vor allem, grau hat mich total auch bekommen mit der Taktik, dass, ähm, grau einfach die ganze Zeit in, äh, Camps gewartet hat, ohne irgendwas zu machen. Und? Ja, weißt du? Ja, ich dachte auch, zweimal Stackel, aber es ist nichts passiert. Ja, ich habe auf den Stackel eigentlich auch die ganze Zeit gewartet. Ich habe es noch, äh, angekündigt. Ja, ich habe mir so gedacht, ja, ich, ich lass irgendjemanden sich in Sicherheit schwelgen, dann wird schon was passieren. Dann dachte mir, René, kannst du ja opfern. Okay, los geht's. Und es gibt auch eine kleine Überraschung. Es gibt auch eine Überraschung. Was für Überraschung? Was für Überraschung? Oh nein. Nein, Mann, keine Überraschung. Ja, und ich bin Crewmate. Ich habe jetzt die Votes mal angemacht, weil dann kann man sehen, wer wen gevotet hat. Das finde ich sehr, sehr gut. Kleine Überraschung. Achtet auf eure Visuals. What? Sind wir da an? Ist okay, ey. Wir denken jetzt, wir nutzen. Komm, aber wir sind immer noch offen. Es geht nur noch um die Votes. Ey, Daniel, wieso? Wieso? Mann, ich hasse dich. Ich will doch einfach nur eine Runde spielen. Einfach nur eine Runde spielen. well. Dann Wo? Wo? Ah, ein Shields, okay. Shields. War irgendwann jemand dort? Nee, blau war mit mir in Edmund. Also ich war... Diskutiert mal kurz, mein Licht ist gerade ausgegangen. Genau, ich war auch zwischendurch in Edmund. Ich hab dich zwar nicht gesehen, aber das stimmt auf jeden Fall. Also Shields ist dann natürlich nicht ganz so weit entfernt, trotzdem... Würde ich jetzt erstmal sagen, dass... Beispielsweise blau und... War mit Danja und René weiß Sturridge, okay. Ja. René, Pink und ich waren davor Edmund. René, Pink und ich, okay. Ja das stimmt, Riri war wirklich da. Also eigentlich können wir ja relativ viele Leute jetzt so ein bisschen ausschließen, aber... Ja, René, Riri, Claudio sind vier Leute weg und noch jemand. Pink war dann weg. Das heißt, Danja, Gelb, Lime, ja grau und braun. Also ja, die Hälfte ist immer noch Sass. Ja. Ich war in der Nähe von Electrical, okay. Ich mein, wie gesagt, Shields ist nicht so weit entfernt. Am Ende kann es fast immer noch jeder gewesen sein, der zwischendurch bei Edmund und Sturridge war. Ich bin App Engine. Trotzdem würde ich jetzt auch eher, äh, braun und grau im Buch behalten, hab ich skippen. Braun, okay, App Engine, grau sagt er, was da. Das heißt, wir können ja nicht ausschließen. Lime, Gelb und Danja. Das heißt, hier bisher, also wenn es stimmt alles. Ich will skippen, okay. Also Danja, relativ safe. Sorry Leute. Mit wem warst du, Danja? Das ist gut. Was? Mit wem warst du? Mit wem ich war? Ja. Äh, ich weiß es grad nicht mehr. Die Stimmen bestätigt oder sich war. Das war gut. Ich hoffe, Danja sagt was. Sie ist nicht auf Stumm. Ich werde jetzt aber nichts sagen. Ist mir egal. Hat es nicht verdient. So. Okay. Okay. Wo, Danja? So. Okay. Ich bin jetzt auch wieder voll da. Kann? Ich bin jetzt auch wieder voll da. Äh, electrical. Ja, dann bist du's. Und, äh. Guck mal, wie ihr das extra macht, damit keiner mehr gegen euch voten kann. Kann, kann, ich bin nicht Imposter. Kann, bevor du irgendwas spoilern kannst. Ja, sei ruhig, sei ruhig. Ey, der Typ ist echt schassig. Ich weiß, dass es Danja ist. Es tut mir leid, Leute. Ich war, ich stand gerade am Anfang mega lange rum, weil ich meine, nicht da noch ein bisschen einschalten musste, richtig. Und meinen Kameraakku musste ich jetzt auch wegnehmen. Wer war mit dir? Also ich bin gerade voll, mit mir war niemand, glaube ich. Also es ist jemand weggeventet, ja. Aber ich habe nicht gesehen, wer. Weil gelb hat sich gerade einen Schutz genommen. Das heißt, also du bist safe, Danja. Danja ist es safe. Ich bin es nicht. Doch, Danja, du bist es safe. Weil, schau mal, ich sag dir warum. Ich war in den Admin-Puls, da waren drei, ähm, Personen ganz lange. Also wirklich ganz lange. Und die Leiche muss ja dann irgendwo oben liegen und du musst ja deine Tasks entweder gemacht haben oder... Nee, du bist es auf jeden Fall. Nur es ist jemand weggeventet. Ja, die Leiche liegt oben und es ist jemand weggeventet. Aber ich habe nicht gesehen, wer. Nee, nee, du bist es, Danja. Es waren drei Leute lange im Admin. Doch, doch, du bist... Ey, jetzt hör doch auf mit diesem Käse. Nein, du bist es, Danja. Das ist jemand weggeventet. Das musst du doch gesehen haben, dass jemand weggeventet ist. Ja, ist er. Aber, Danja, hör mir zu. Ja, aber woher soll ich denn wissen, wer das ist, wenn ich dort bin? Aber, Danja, es waren über 15 Sekunden drei Leute, äh, electrical. Das heißt, du und deine Poster-Kollege. Nee, also... Wie viele Sekunden? Über 15. Über 15 Sekunden... Ich war auch kein 15 Sekunden bei electrical. Doch, warst du. Da waren drei, äh, Personen angezeigt. Oder dein Kollege wollte ein Double Kill machen. Aber du bist es auf jeden Fall. Bin ich mir sicher. Warte mal, wer hat dich nicht gewartet? Lime hat dich nicht gewartet. Also, ähm, es stimmt übrigens, dass ich ein Poster bin, aber deine komplette... Äh, deine... Deine... Deine Begründung war falsch. Hä? Ihr wart zu dritt? Hä? Doch, das stimmt doch! Danja war... Die waren zu dritt in electrical? Über 15 Sekunden? Stimmt das doch? So... Oh, mir spät hier mal dein... Oh, mir spät hier mal dein. ich stehe jetzt einfach hier rum okay die beiden sind es auf jeden fall nicht also ist claudio immer noch nicht raus pink ist nicht raus ja und lime natürlich ne ja okay okay ah ist pink ist es pink okay wow es ist pink jetzt bin ich verwirrt aber dann ja war richtig aber weiter sonst pink gilt in front of me aber dann ja warum war das denn schlecht das war doch richtig naja also ich habe es halt einfach nicht mitgekriegt also mein imposter kollege ist da raus gewandet das stimmt ja aber ich habe nicht gekillt und ich war auch nicht so lange da drin und wir waren auch nicht zu dritt da drin aber sorry du kannst gerne die aufnahme sehen aber da waren drei leute über 15 sekunden dort also ich weiß nicht wer die dritte person gewesen ist tatsächlich warst du denn im van ja sehr gut damit ist die runde vorbei ich war nicht im wenn da war drei leute die ganze zeit habe ich mich gewundert ja sorry dann war es dann ja ehrlich macht das macht das spaß mich als erstes immer zu killen es war mega ich hasse es ich hasse es ich hasse es aber das dann ja ich war heute noch nicht mal einmal im poster und dann werde ich immer als erstes gekillt ich hasse es langsam tut mir leid du läufst immer so rum und dann ich mache nur meine task weil ich dachte einfach das sind die ganzen zuschauer die dich immer als erstes erwischen das auch das auch leute danke ich war heute also wir haben gleich zwei stunden gezockt in diesen zwei stunden war ich kein einziges mal im poster es ist frustrierend leute sehr frustrierend ihr wisst ganz genau wie gern ich imposter bin ne claudio macht weapons bin ich mir ziemlich sicher das ging schnell einfach danke egal wer es war ja hol woanders leim und rot sind da drunter gelaufen bei mir waren doch gerade relativ viele leute aber ich habe jetzt nicht auf die farben also claudio ist safe der hat weapons glaube ich gemacht ist dann ja nicht nach navigation gelaufen ich habe dann ja glaube ich nicht gesehen da waren einige leute aber ich glaube dann ja war nicht dabei das hätte ich eigentlich auch sehen müssen wo warst du denn renne ich war bei autora man und habe die billette entsorgt genau weil ich glaube kahn habe ich da auch zwischendurch gesehen deswegen müsste kahn auch sicher sein ich glaube grün war auch dabei ja leim war da du warst da kahn ist safe wir vier schon mal wer noch rene ja das überlege ich gerade eventuell dunkelblau aber dann habe ich jetzt auch gerade keine ahnung mehr also von den anderen vier also pink grau braun und blau kann ich keinen dann noch ausnehmen ich war bei autora ok perfekt leim ist safe du bist safe kahn ist safe claudio ist safe na gut vier vier übrig bleibende leute sind immer noch zu viel ich glaube löni ist glaube ich nicht schlecht vielleicht war es ein self report aber lass einfach kahn rauswerfen ok lichter sind wieder aus ich mach meine navigation pink ist hier blau ist hier grau auch ok die zögern wahrscheinlich jetzt ich mach weiter meine task erstmal warum warum müsst ihr hinter mir herlaufen lass es doch einfach ja danke dass ihr mir sagt dass ich nicht gemutet bin ok ich wusste schon vorher aber jetzt wissen sie dass ich nicht ja aber gut wahrscheinlich wird es mich trotzdem erwischen ich bin mir ziemlich sicher auf ich bin mir ich bin mir Ja, ich muss mal kurz, äh, Emergency-Meeting machen, ähm, und zwar, Yassi läuft die ganze Zeit hinter mir her. Kann, wieso so ruhig? Also, sorry, das war, das war ein bisschen sass. Gerade wurde dann ja nach zwei Sekunden erwischt und jetzt ist einfach die Runde nichts passiert. Ja, weil, ähm, also Grau ist hinter mir hergelaufen die ganze Zeit, aber ich war nie sozusagen, entweder war ich nicht alleine oder ich war zu weit weg. Und jetzt wart ihr ja gerade bei Cafeteria, nur so. Ja, ich glaube aber, dass Gelb, also Hottogurke, da recht hat. Ich glaube, das liegt dann eher daran, dass sie bei dir sein wollte und nicht. Ja, toll, dann können wir ja die ganze Zeit sowas machen. Ja, um ein bisschen, äh, Schwung hier reinzubringen. Ich worte Claudio. Alleine, weil du das gesagt hast. Also, auch wenn du Imposter bist, Yassi, ist, äh, ich worte für Claudio. Ja, ich glaube, das tut mir ganz gut. Ich habe heute so viel geredet, ne, das ist unfassbar. Ah! Ey, wenn du es jetzt... Oh, das wäre so heftig gewesen. Das wäre so geil gewesen. Natürlich bin ich jetzt nicht, aber es ist lustig, komm. Also, yes, falls du es nicht bist, sorry. Aber es war schon ein bisschen sus. So... Es macht es gut... Das war's für heute. Ja, passiert irgendwie nix, ne? Aber gut, war nicht Lime auch in der ersten Runde, die Danja gefunden hat? Das kann gut sein, da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Okay, Lime sagt Dunkelblaus gewandet. Wo denn? Wo denn? Wo denn? Gewandet? Pinker safe. Ja, ich würd mal, also, random gewandet, find ich halt immer... Ja, ich mein, das Problem ist, also, es passiert hier offensichtlich nicht so viel. Nee, ich würd, aber, wenn wirklich gewandet ist, warum, ähm, warum Blau hätte doch dann Dings gekillt, Lime? Weißt du, was ich meine? Ja, vielleicht hat's Blau einfach nicht geschafft. Vielleicht war Lime so weit entfernt. Vielleicht war's auch gerade erst. Ich mein, Mad Bay ist ja eben... Ja, aber normalerweise dauert es ja, bis man, ähm, bei... Also, man braucht länger Emergency-Meeting auszurufen, als jemanden zu killen dann. Weißt du, was ich meine? Eigentlich schon, das stimmt. Ich, ich geh auf Lime, weil Lime hat in der ersten Runde auch dann ja gefunden. Also, sorry, also, bisschen random gerade. Ach, nein, ich glaube nicht. Also, wenn's so ist, dann, okay, dann bin ich ruhig. Dann sag ich diese Runde nichts mehr. Ja, aber dann, wenn's jetzt das nicht ist, dann Lime. Oh, doch, sehr gut. Okay, wow. Alles klar. Ich sag gar nichts mehr. Ich bin jetzt ruhig. Ich hab grad Pink gesaved, und ich wette, Pink ist das sogar. Ich hab grad. Och nein, nicht schon wieder Einer von denen ist es Ich glaube aber Ich habe kein Brot mehr Ich muss auf jeden Fall weit weg sein Von gelb Ich glaube es ist gelb Ich glaube es ist gelb Bleibt mal bei René René bitte folgt mir Weil gelb hatte diese Aktion bei mir schon einmal gemacht Mit dem Einsperren Und wenn ich jetzt hier René finde Scheinbar hat der Imposter echt nicht vor Hier mal ein bisschen Action reinzubringen in die Bude Und vor allem ist das Spiel schon gleich vorbei Wenn jetzt alle noch ihre Aufgaben zu Ende machen So ich hoffe jetzt mal Bei dem anderen Stand macht da gerade das jemand auch Ja sehr gut Ich glaube es ist gelb Ich hoffe es Oh nein bitte nicht Bitte nicht Lass mich Ich sag gelb Ja ich wusste es Ich wusste es ist gelb Ich wusste es Weil gelb hat wieder die Taktik gemacht mit dem Einsperren und so Und das hat nicht geklappt Und gelb wollte unbedingt mich erwischen Ich wusste es Ja gelb Gelb wollte auch ganz geduldig spielen Nein aber gelb hat auf mich gewartet Gelb hat die ganze Zeit auf mich gewartet Aber ich war nicht alleine Gelb hat mich direkt am Anfang Ja ja also gelb wollte mich erwischen Safe und eine Reaktion im Video sehen Ich weiß das schon Ich kenne das schon So ich würde sagen Eine letzte Runde für heute Ja Let's go Ja Schade Ich hätte gehofft Dass ich jetzt nochmal ein Poster werde Naja Download Download Download, 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 download! Download! Hallo, das tut mir leid. Ich bin schon seit zwei Stunden Mungas. Und ich habe keine Brille auf. Ich bin ein bisschen verpeilt schon. Ich bin schon nicht mehr ganz anwesend. Boah, ja, Claudio, du kleiner Spion. Schon wieder am Abchecken gewesen, ob ich es bin. Oh, okay. 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 Claudio, wer war gerade mit mir? War das pink? Kahn. Also zuletzt ist Kahn noch dazugekommen. Echt? Ja. Ja, hast du mich aber nicht gesehen, aber ich habe Claudio gesehen. Ich wollte gucken, ob du die Tassen machst, aber ich glaube, die hast du gemacht. Die habe ich gemacht, ja. Und pink war noch, ne? Ich weiß es nicht, ich glaube, ja. Doch, doch, pink, pink, ja, du hast recht. Ja gut, ich habe alle mal zwischendurch irgendwann gesehen, glaube ich. Aber kurz vorm Kill war ich auch nicht in dieser Richtung, deswegen weiß ich das nicht. Alle können sich gegenseitig sichern. Ja, wir können ja dann schauen, wer sich nicht sichern kann. Ja, genau. Weil, nein, René habe ich zwischendurch auch gesehen, würde ich auch eigentlich relativ saven. Relativ für diese Runde. Ja. Blau habe ich vorhin auch noch irgendwo gesehen. Ich bin, ich meine, Also, ich bin gerade angenommen, blau ist es nicht, braun ist es nicht, ich bin es nicht, kann ist es nicht. Danja, Claudio und pink safen sich auch. Wer bleibt denn dann übrig? Self-Report eigentlich nur. Keiner. Self oder grau? Ich skipp aber, Self-Report ist halt ein bisschen. Ja, ich glaube tatsächlich. Also, Lime ist, glaube ich, die einzige Person. Aber Gurke safet sie gerade. Und, kann es sein, dass, warte mal, kann pink sich, äh, entlasten? Ja, ja, pink war bei uns, pink war bei uns. Okay. Ähm, grau schießt aber gerade, äh, Lime. Nee. Oh. Ja. Wer denn jetzt? Also, ich habe jetzt für Lime gevotet. Nein, ich schreibe, ich schreibe, ich schreibe, ich schreibe mal in der ersten Runde voten. Ich würde mich jetzt nicht überraschen, wenn es vielleicht die beiden am Ende sind. Bin mir nicht sicher, dass Lime nicht ist, sorry, aber du warst halt lange in der Lee. Wem, wotet denn Lime? Dunno. Wahrscheinlich René, ne? Ich habe Lime gewartet, ja. Ja, ja, nein, aber, äh, weil René hatte ein Vote. Ja, das weiß ich nicht. Pfff. 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 Piu, 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 Piu. Piu, Piu, Piu. Ähm, es ist jemand gewartet. Wenn jetzt Lime sagt, wer gewartet ist, dann wissen wir, wer es ist. Hä? Claudi war dunkelblau. Haha. Nein, nein, ich bin wirklich, ja, ich weiß, was ich gesagt habe, ich habe nur meine Tasks gemacht. Das war jetzt schön. Okay, also dunkelblau. Okay, also dunkelblau sagt er. Dunkelblau ist auch Claudi. Ja, ich habe aber eine Tasks gemacht, ich kann es nicht sehen. Ich bin dann ganz schnell rausgegangen, weil ich Blutspritzen gesehen habe, dann habe ich reported ganz schnell. Okay. Ja, dann ist dunkelblau, also Limeweiß ist. Ja, dann probieren wir dunkelblau. Sorry, Riri. Außer du bist es. Dann nicht. Nein, nein, also Limeweiß, wer es ist. Weil Limeweiß, ich habe schnell reported, es muss dunkelblau sein. Also sie hat gesehen, wer es ist. Perfekt. Hat er sich selber gewartet? Na gut, einer hat sich enthalten. Ja. Ja, perfekt. Aber wer ist der zweite? Okay, blau und wer noch? Vielleicht Claudio. Vielleicht Claudio. Ja. 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 Du kannst irgendwie nicht die Taskbar sich bewegen sehen, wo du grad auf dem Scan warst. Ja, dann hast du nicht richtig hingeguckt. Also manchmal kann das auch verzögert eintreten, Kran. Ja, ich habe das bisher bei allen beobachtet und bei allen war es immer relativ aktiv. Und jetzt bei René nicht. Deswegen ist es ein bisschen... Er läuft mir hinterher und die Türen gehen zu. Hä, das kann gar nicht sein. Ich war jetzt in den Reaktor. Hä? Ich habe eine Task gemacht. Gut, also bisher haben wir zwei Verdächtige, Lime und Claudio, ne? Ne, Lime ist es nicht, Karn. Lime hat dunkelblau rausgebrochen. Lime ist es nicht. Ja gut, dann bist du halt weiter. Ja gut, dann bin ich es, aber ich bin es halt nicht. Nein, aber das wäre ja schon sehr ehrenlos von dir, wenn du jetzt gerade deinen Imposter-Kollegen rausgekriegt hättest. Ne, auf gar keinen Fall. Claudio und Lime sind es am ehesten eigentlich nicht, würde ich sagen. Ja, ich skippe trotzdem erstmal noch. Lime denkt, dass ein Double-Kill sein, also dass Double-Kill passieren würde, aber wir waren halt beide unten, wir sind hochgelaufen. Ja, aber wir sind doch gut dabei, skipp doch jetzt erstmal. Ja, aber ich frag mich, wer ist es denn? Ja. Die Tars sind doch gleich fertig, skipp doch einfach. Das müsst ihr noch wieder machen wahrscheinlich auch nicht, oder? Oh, ich habe geskippt. Dann bin ich raus, super. Du bist raus. Und Claudio, ich habe für dich gevotet. Sehr schön, sehr schön. Was ist los, Claudio? Warum so ruhig? Oh mein Gott, das war der perfekte Abschluss heute. Claudio ist jetzt auch raus. Leute, das war der perfekte Abschluss. Vielen Dank heute für diese Runde, es hat super viel Spaß gemacht. Es war wundervoll mit euch. Ja, und schaut auf jeden Fall bei René und Claudio bei Zock mit mir vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao!